Na ja, gut. Vielleicht sollte das ja auch einfach nur irritieren und ablenken. Wer weiß. Gibt es denn hier überhaupt weiter? Das sieht so seltsam aus hier. Da saschelt schon wieder was. Joa, lass es mal sascheln. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Oder muss ich hier weiter noch hin? Nein, hier ist nichts. Nichts. Okay. Was ist hier noch? Hier ist doch irgendwas. Komme ich jetzt von hier? Oh, ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist aber halb so schlimm. Denn ich muss sowieso gleich mal einen Cut machen. Und wir haben ja recht viel geschafft jetzt sogar. Was wird das denn jetzt? Das muss der richtige Weg sein. Was ist das denn jetzt? Was haben wir hier nicht schon mal? Keine Ahnung. Das ist ein Gewabstein. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Sieht eindeutig aus wie eine Sackgasse. Dann nehmen wir den anderen Weg. Wenn ich den noch finde, bei diesem Geruckel hier. Ach, deswegen hasse ich das, draußen hier rumzulaufen. Das ist immer so doof. Ein hübscher Baum. Oh, da ist einer. Ein Brunnen. Ist der nur Deko oder kann ich da irgendwas mitmachen? Äh, Deko. Okay. Deko ist auch schön. Oh, komm, lass mich wieder reingehen hier irgendwo. Checkpoint erreicht. Schönen Checkpoint. Und wieder ab in den Wald. Achso, ich habe gar keine Batterien mehr. Alle Batterien verbraucht hier. Da kann ich nichts tun. Okay. Oh, ich hasse Wald. Habe ich das schon mal gesagt? In dieser Folge? Hm. Wahrscheinlich mehrmals. Das ist ein schön nächtlicher Waldspaziergang. Hat ja noch nie jemanden geschadet. Bisschen frische Luft schnappen. Vielleicht schaffen wir noch einen Hund oder einen Geist. Oder eine Hexe. Ja, stimmt. Eine Hexe fehlt hier auch noch. Mal so, wie das leckt hier. Müsste ich ein bisschen beschleunigen. Sieht aus wie ein See. Ist das ein See? Ein Fluss? Was ist denn das? Nee. Nichts ist das weiter. Na gut. Dann gehen wir mal in dieses Geisterhaus hinein. Ach, da oben war jemand. Ach, das waren nur ein paar Krähen, die so aussahen. Ich kann da gar nicht reingehen. Warum kann ich nicht reingehen? Wehe, es fehlt mir jetzt noch ein Schlüssel oder so. Was ist das denn? Ein Stuhl? Ein Schaukelstuhl. Ich würde mich gerne mal hinsetzen. Können sie sonst noch irgendwie rein? Ach, von hinten vielleicht. Okay, ich glaube fast, ich soll überhaupt gar nicht da reingehen. Aber ein paar Batterien haben wir gefunden. Na, das ist ja auch fein. Das ist fein, so soll es sein. So, was machen wir denn nun? Der Hund sagt mir den Weg. Also, ich weiß es nicht, aber... Ich hoffe es einfach mal. Ist er denn jetzt geblieben? Wo bist du geblieben? Hundilein ist verschwunden. Ich würde gerne eine Axt mitnehmen. Geht natürlich nicht. Ich glaube tatsächlich, es soll überhaupt gar nicht reingehen in das Haus. Da habe ich schon mal den Hund gehört. Hab ich mich erschrocken, Mann. Okay, der Hund sagt mir doch nicht den Weg. Verdammt. Hübsches Game-Over-Bild. Gut, das ist also eins der Monster. Dann war das aber doch ganz schön... Also muss ich direkt auf den treffen wahrscheinlich. Okay. Gut zu wissen. So. Wo war denn jetzt der letzte Checkpoint? War das jetzt weit weg? Mal gucken. Hier war ich. Okay. Ich glaube, da komme ich direkt auf das Haus drauf zu. Kann mir nochmal ein paar Batterien mitnehmen. Und dann müssen wir weitersehen. Wenn ich wüsste, wohin. Wäre das auch schön. Da wäre, wie wir jetzt wissen, gar nicht in das Haus reingehen sollen. Oh Gott. Es dauert jetzt wieder eine Weile, bis wir angekommen sind. Da habe ich ja echt richtig mega Glück gehabt, die letzten Male, wo wir den Hund getroffen haben. Dass der mich da nicht zerfleischt hat. Dieser seltsame Geisterhund. Wo dann lang? Vielleicht da hinten? Ich weiß es nicht. Aber jetzt können wir nochmal da oben schön gucken. Wie sich das in Krähen auflöst. So. Wo ist denn der Hund? Wahrscheinlich jetzt noch nicht da. Hoffe ich zumindest. Ich nehme nochmal schnell die Batterien hier. Ja, und dann muss ich gucken. Dann müssen wir mal gucken, wo es weiter lang geht. Das ist die Frage. Das meine ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung habe. Wo es weiter lang gehen könnte. Ich würde auch nirgends mal irgendwie einen Weg lang oder vorbei. Hm. Jetzt wäre ein Hinweis gar nicht mal so übel. Ob ich vielleicht ungefähr weiß, wohin ist hier ein Weg? Soll das ein Weg sein? Nö. Es ist eingezäunt. Alles eingezäunt. Alles richtig schön eingezäunt, wie es aussieht. Muss ich denn wieder zurück? Und hier komme ich ja. Hier an der Seite irgendwo lang? Einfach mal durchs Gehölz durch? Ich glaube tatsächlich nicht. Nicht wirklich, oder? Ich glaube, da verbrauche ich jetzt nur meine Batterien. Wenn ich hier weiterlaufe. Aber da ich im Moment eh keinen anderen Weg weiß, können wir es ja durchaus mal probieren. So lang wie es geht zumindest. Ist hier ein Weg lang? Ich will da weiterlaufen. Lass mich da hoch. Ich will gucken, wo es da lang geht. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Doch, doch, doch. Ich komme noch ein Stück weiter. Los. Ich will da hin. Ich glaube, hier ist eine unsichtbare Barriere. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Würde ich sagen. Ich könnte aber nochmal hier schauen. Können wir hier rüberhüpfen? Nee. Das muss ja aber irgendwas mit dem Haus noch zu tun haben. Ich meine, der Checkpoint, der war ja nun erst. Na gut, gehen wir nochmal zurück zum Haus. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Na, ist der Hund jetzt erschienen? Keller. Ja, natürlich, der Keller. Oder auch nicht. Doch. Ich brauche einen Schlüssel. Na supi. Wo soll ich denn jetzt einen Schlüssel herkriegen? Dockers Nacht, mir fehlt irgendwas. Da hängt doch bestimmt irgendwo am Baum oder so. Oder einfach auf der Schaukel. Gut. Alles klar. Yay. Gut, einmal Game Over gegangen. Das war jetzt aber echt Zufall, dass ich da genau auf den Hund zugelaufen bin. Spielstand wurde gespeichert. Jetzt sind wir tatsächlich in diesem seltsamen kleinen Haus hier. Und ich denke, da jetzt alles so schön gespeichert worden ist, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.